Hallo und herzlich willkommen auf EPYC. Pulsar hat es wieder getan. Neue Firmware für die XP Reihe 4.0 eine wirklich scharfe Sache. Letztes Jahr 2019 hat Pulsar ein Firmware-Upgrade gemacht von der 3.1 auf die 3.2. Wir haben es gezeigt dafür brauchten wir noch zwei XP 38 um das parallel nebeneinander darstellen zu können weil die Veränderung war nicht so offensichtlich sie waren gravierend aber nicht so offensichtlich zu erkennen wenn man jetzt die Firmware aufgespielt hat durchgeschaut hat hat man erst mal nicht wirklich gesehen was sich verändert hat jetzt in der 4.0 ist das etwas anders nicht nur dass das wirklich augenscheinlich also ganz deutlich zu sehen ist was sich hier verändert verbessert hat man kann es auch noch ein und ausschalten deswegen brauchen wir heute nur ein gerät denn ich kann hier immer bei bedarf das ein oder ausschalten und hiermit ganz klar zeigen was sich verändert hat image detail boost ist das wort dazu wir haben eine neue funktion die den algorithmus neu berechnet kontrast werte verändert und das ganze erscheinen lässt als hätten wir hier plötzlich die vermeintlich doppelte auflösung auf dem mikrobolometer denn das bild ist dann so scharf details werden so stark herausgearbeitet dass man wirklich denkt man hat hier fast ein hd oder fast full hd bild wenn man ins hauptmenü reingeht sieht man der zweite punkt nach dem einschalten des wifi access pointes kann man hier diese anschärfung diese durchschärfung ein und ausschalten jetzt fragt man sich natürlich warum muss man das wieder ausschalten können es gibt vielleicht momente wo man das nicht haben möchte denn jede nachschärfung im bild hat auch unter umständen nachteile ganz deutlich sieht man was hier passiert wenn man ein bild nach schärft wenn man nicht das übliche white hot sondern das black hot verwendet black hot hier wird alles was warm ist dunkel dargestellt manche sagen es sieht sehr natürlich aus weil so ein bisschen aussieht wie bei tag hier sieht man schon in der normalen also in der nicht nachgeschärften version dass hier zum beispiel größere flächen anfangen zu rauschen also so kleine grissel entsteht das ist normalerweise so das kennt man auch von einer normalen fotografie wenn man nachts fotografiert der sensor empfindlicher gemacht wird man nennt das ein höhere iso verwenden und dann fängt auch das bild an zu rauschen da ist es nicht gewünscht beim wärmebild finde ich persönlich ist es nicht so wichtig mir sind die details wichtiger gerade wenn man auf der jagd ist man möchte ein stück identifizieren ist jede noch so feine linie hilfreich das stück klar ansprechen zu können auch für die normale observation oder betrachtung von dingen sind scharfe abgrenzungen also ein scharfes bild immer wünschenswert wenn man das nicht möchte kann man das abschalten hier für demonstration natürlich toll dass ich auch nach aufspielen der software das ganze sich hier schön deutlich machen kann der zweite punkt bezieht sich auf die beobachtungs modis wir erinnern uns wir haben stein das sind diese berge wir haben wald und wir haben beobachtung diese drei benutzer modis gibt es ja und man kann natürlich diese modis die ja an sich schon sehr unterschiedlich sind weil sie unterschiedliche kontrast werte und helligkeitswerte zeigen je nachdem wie sie mit der darstellung der wärme oder den temperaturunterschieden umgeht kann man diese natürlich auch noch verstellen und man kann nachträglich noch hergehen kann sagen okay ich gehe jetzt her und erhöhe den kontrast oder verändere die helligkeit knackpunkt dabei ist sobald ich diesen modus wechsel ist diese einstellung die ich gemacht habe dann wieder weg das heißt ich wechsle einmal durch dann ist meine ganze einstellung die ich gerade in dem modus zum beispiel betrachten oder beobachtungen gemacht habe ist ist wieder auf dem standard wert jetzt könnte man denken das ist natürlich blöd gemacht nein ist es nicht weil pulsa hat sich etwas dabei gedacht mir persönlich ist es auch so gegangen als wir diese axion reihe vorgestellt haben habe ich einen von diesen kleinen geräten mal ins revier mitgenommen aus dem auto ausgestiegen und habe dann mal außen rum geschaut und dachte was ist das für ein komisches bild ist total dunkel ja ich hatte vorher zu hause herum gespielt hatte hier paar sachen eingestellt und draußen im wald war dann die temperatur komplett anders und ich hatte das gerät für zu hause eingestellt hat einfach für den wald nicht gepasst um das zu verhindern hat man bei einführung dieser betrachtungsmodus darauf geachtet dass man genau diesen user fehler vermeidet das heißt ich das gegen aus mache oder umschalte springe ich immer wieder in einen standard an eine standard einstellung zurück natürlich ist es ärgerlich wenn man es ist eingestellt hat auf sich auf seine bedürfnisse und dann schaltet man durch und plötzlich ist das ganze wieder weg dafür gibt es jetzt einen vierten modus und der den kann man erkennen der hat so drei schieberegler ich wähle den aus und dann kann ich in diesem modus mir einen dieser drei presets ich sage es mal presets auswählen und kann dann meine ganz persönliche oder in dem augenblick wichtige veränderung für kontrast und helligkeit einstellen und der bleibt auch ob ich das gerät ausschalte oder ob ich einen anderen modi springe völlig egal in diesem modus das ist sagen mein benutzer modus den kann ich einstellen und das bleibt auch so also gut gedacht von pulsa sagen diesen user fehler auszumerzen und jetzt konsequent auf die wünsche der benutzer einzugehen zu sagen okay wir sorgen dafür dass ihr euch nicht verlauft oder das gerät so einstellt dass ihr denkt das ist kaputt oder stimmt irgendwas nicht sondern ihr habt jetzt noch mal eine möglichkeit euch ein eigenes preset zusammenzustellen das auch immer so bleibt ein dritter punkt vielleicht nicht ganz so spektakulär ist die beleuchtung oder die einstellung der helligkeit des menüs gerade wenn es dunkel draußen ist möchte ich nicht von den zahlen außen rum von den menü dass man nicht ausblenden kann kann man geblendet werden und man kann das jetzt noch weiter nach unten setzen es ist zwar immer noch nominal zwischen der stufe 10 und 1 regelbar aber die 1 ist halt dunkler als es vorher war und die 10 ist heller als es vorher war also das sind die drei wesentlichen punkte obwohl der erste punkt natürlich ein mammut punkt ist momentan nur für die xp-reihe soweit mit informationen vorliegen von pulsar arbeitet die firma auch daran dieses ich sag mal wirklich sehr sehr interessante und wichtige feature auch für die xq-reihe nachzureichen das ein und aufspielen der firmware habe ich letztes jahr ausführlich beschrieben schaut da noch mal rein link ist unten in der beschreibung ist eine ganz einfache geschichte verbindet euer mobiltelefon oder euer tablet mit dem internet macht stream vision auf stream vision zeigt euch schon an dass eine neue firmware verfügbar ist wenn ihr schon mal mit einem solchen gerät eingeloggt seid wird das auch vorgeschlagen dann sagt ja möchte updaten dann wird dieses update auf das handy geladen danach verbindet ihr euch mit dem pulsar und dann wird automatisch dann noch mal gefragt möchtet ihr die firmware auf das gerät laden sagt einfach ja denn es lohnt sich das war es hier zu dem tollen update 4.0 absolut empfehlenswert ein hammer von der von der detail treue die jetzt möglich ist mit den pulsar geräten wie gesagt momentan nur die xp-reihe wenn ihr fragen habt zu dem gerät zu der software zu den pulsar geräten allgemein schreibt unten in die kommentare wir versuchen relativ zeitnah und kompetent darauf zu antworten wenn euch das video allgemein gefallen hat dann schaut euch mal die anderen sachen an die wir über die pulsar geräte gemacht haben die axion 30 38 über die helion xp reihe haben wir einen film gemacht ich habe eine dreiteilige serie produziert die halt genau beschreibt was macht ein wärmebild gerät im vergleich zu einer normalen video oder fotokamera vielleicht auch für den einen oder anderen interessant wir bleiben auf jeden fall dran denn in knapp drei dreieinhalb wochen ist die iwa in nürnberg also die iwa 2020 was ich da gehört habe ist dass pulsar da nicht nur mit den alten geräten auftaucht aber werden wir werden wir schon sehen wie immer wenn es euch gefallen hat lasst ein like da abonniert den kanal eventuell die glocke drücken damit ihr über neue videos informiert werdet dann sehen wir uns beim nächsten mal bis dann euer stefan so Untertitelung. BR 2018